Nein Du solltest jetzt bei Fragen kreuzeln, hast es genau in deinem Kopf Jetzt nicht mehr Ja, immer noch Mensch, wir haben hier die Straße aufgeratscht Muss bestimmt ein Flugzeug gewesen sein, aber keine Ahnung wer Ich bin auf dem Strand gelandet und hierhin haben wir gestartet Ich will Pommes essen, Pommes essen, Pommes essen Was haben sie eigentlich gegeben? Noch nix? Was ist? Die haben sich noch nichts gegeben, das macht mir Angst Warum macht dieser Pans eigentlich so wenig Schaden? Auf was schießt du? Ich hab gar nicht mal in die Schande geschossen Nicht tun, du hast bald keine Amo mehr und wir können noch keine nachholen Äh, ich hab noch, äh, was hat, was sind da, äh, 31, schau ich noch Hallo, ich habe Hunger Der Flieger bin ich? Der rechts ist? Ah, da ist ein Flieger, lass mal draufschießen Lachs total Ich wechsle mal diese scheiß Tasse hier mal Da hinten steht ein Panzer Oh Da kommen zwei Panzer, von links Ah, ja, ich seh's Hallo Das sind Anti-Air geschützte Scheiße Nein Ich geh kaputt Oh mein Gott Rotlandung Raus, 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 du explodest gleich Oh Dann geh auch raus Ich Ich Tatsächlich, ich hab, ich hab nicht funktioniert Ich hab die Tasse die ganze Zeit gedürgt Und ich kann heute ja keine Kiste nur Dings Komm schnell Ja, ich bin fast da Und bring ne Pirat mit Ja, ich hab ne Pirat Und Munition Geh, Nico Das sind die gute Ich schmeißt da gerade Unmengen an Granaten rein Wart doch ab, was passiert Scheiße Ich sieh Ich bin der Schwerkraft zu Opfer gefallen Toll, danke Ach scheiße, jetzt hat er mich gehabt Ich hab Motor bekommen Oh mir ist die Pirat einmal ausgegangen Dann muss ich die Gusspanzer benutzen Oh, 10 HP Health Ist nicht wie Warte, ich bring, ich bring was mit Also an Ammo Oh, ich glaub ich schießen kann auch gegenseitig auf sich Ich bring Ammo für die Pirat mit So, müsste ich nur noch sagen Ähm Bitte ruhig Ach komm, alter Du hast uns in den Portalraum gepackt, gell? Ja Ich komm auch nach unten Ähm Schieß Nächstes Mal zieh ich mir den Fallschirm am besten auch ins Inventar Ach der andere Panzer ist auch kaputt oder was ist los? Ja Kriechst du gerade Ja, ich spring grad ins Loch ein Ja, ich spring grad ins Loch ein Achtung, da liegt irgendwo eine Granate Ja, die sind dann explodiert Das ist hier jetzt gar nix Achtung Als wenn der immer noch lebt Endlich Hi Äh Hier ist zugebaut Das heißt Nico hat wahrscheinlich die Flagge Und hat mir nicht Hat auch eingenommen Warte, geh auf Seite Nein, warte, warte Nein, nein, nein Jetzt sind mir allerdings die Granaten ausgegangen Und ich mein Inventar ist voll gemüllt mit Scheiße Ja, mein's au 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 Au, ich war's nicht Stimmung Der ist tot? Ich nicht Keiner tot Dann der Ecke in der Ecke Der ist, der ist unten im Loch Au Nein Ich hab doch gesagt, der ist da unten Ich hab auch keine Granaten, ne Ja Wieso haben wir denn eigentlich rohes Eisen dabei? Alter, so einen Scheiß habe ich mit Meinst du ich? Ähm Okay, schnell, wir haben nicht viel Zeit Ich hab' noch ein paar Granaten Ich hab' noch ein paar Granaten Schießt du? Nein, Alter, da ist irgendein Gang bis ganz nach hinten Ja Ja Und ich hab' noch keine Falsche Nein, ich hab' noch fast einen Queer Scheiße, ich kippe mich jetzt selber Scheiße, scheiße, scheiße Wo war der? Äh, immer noch da in dem Loch Das ist ein Ixi, der kann nicht im Loch sein Ah doch, warte mal, die haben sich von außen reingebaut Ja, aber immerhin hab' ich da, äh Ding jetzt Hallo Ich hab' den Granaten reingeworfen Bevor die es geschafft haben, mich zu erschießen Den Granaten reingedrückt Alter, scheiße, ist das ungewöhnlich Hä? Oh, da steht da hinten Alles klar Ja, ich hab' das mit der Pi hat aufgesprengt Und dann Granaten reingeworfen Oh, ja, natürlich Geh' jetzt schnell runter Ich bin unten Wieder kein Falschen Jetzt pushen, pushen Ja, die bauen irgendwas ab Von hinten schön Headshot reingedrückt Oh, scheiße, es hat Niko mich fast Er hat mich fast Wo steht der denn? Och, Noah Ah, scheiße, scheiße, scheiße Warte Warum explodieren die Granaten eigentlich nicht früher? Ach, scheiße Fuck, 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 fuck Ich hab' wieder keinen Falschen Ja, natürlich Ich konnte nicht schießen Natürlich Warte, 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 warte er hockt da in der ecke die flagge ist halt einfach nicht mehr da ja weil ich alles in luft gejagt gibt mit c4 und ich ja hier ab jetzt in die luft ziehen die nach unten im loch dort alle wo ist die flagge denn wo solltet ihr diesen neuen raum warte ich will da rein ne ich baue mich nicht an ich baue hier nochmal so am arsch ja nur weil die alles untertunneln haben was die haben sogar den teleporter zu gebaut oh nein dass wir bloß die aus dem teleporter rauskommen ich brauche von hinten noch ne zweite wand hin hallo ich habe ich habe noch einen teil zweite wand gebaut eigentlich habe ich mich jetzt so eingegraben dass sie mich nicht sehen können und ich sterbe mal kurz und ich kümmere mich neu wie ich sterbe ich am schnellsten genau granaten wenn die meines ist wenn die meisen haben so wenn die die mittel aufwand dann frage hinterher ak 47 schießt die genauso schnell wie okay dann hier giftige munition usp ich kann es mir da oben eine vorne in die kiste liegen liegen das ganze die ganze kiste voll mit diesem magazin schade zeug machen das krieg ich mit backpacks ne quatsch perfekt dann dir noch eine Scheiße. Da kommen die mal. Wollt das die Alben nehmen. Oh Gott, du bist so laut. Entschuldigung. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich bin nervig. Würde ich nicht tun, ich habe auch Hotkeys. Nicht Hotkeys. Soundboard. Ja, meine ich ja. Komm, mach jetzt aus, ich krieg dir für sowas Tweaks. Mach aus. jetzt ich hier oh, war viel jetzt meine Piat wieder zurück und die Baret wann kommen die denn? nie wieder Bout, das heißt jetzt kommen sie gleich das macht mir wirklich Angst, dass die so einen Baufensbomben Feinschirm ein paar mehr mehr sicherheitshalber essen ich hab grad Tag gemacht ich weiß es nicht viele Keller und Granaten gut alles nachgeladen perfekt ähm Juk User jointer Channel äh, Ecke was ist jetzt davon wir aus Balancing Gründen sein wir müssen 10 Minuten halten hab ich doch gesagt nee, hatten wir es aber schon nein 10 Minuten hatten wir nö, doch doch haben wir mal auf die Uhr geguckt beim letzten nö, 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 nö das waren 3 Minuten 3 Minuten? bei mir waren das 3 Minuten dann kannst du noch bisschen was dazu rechnen nö, nö, nö mann wir sind ja nicht da unten drin was hab ich nachbaut ach schade man sieht keine Uhrzeit mehr ne guck ich nach ich kann alle ja, weil wir dann mal ganz stoppen und du guckst nach nein wir machen jetzt weiter ja aber ohnehin ist es schon ein bisschen lächerlich muss ich sagen hä, warum ja, weil an sich waren das ziemlich und ziemlich langweilig User left of your channel genau wo bist du gerade? du hast dich da unten eingebaut, ne? ja, so in ne Art eingebaut ich bau mich aber ein bisschen um dass ich nicht höher habe ich stürme gerade ich stürme? ja das heißt ich will nen Doktor haben weil ich muss dazu bauen dann hast du nen Flieger geschnappt? ich bin im Keller und hab so ne Art wie eingebaut der eine XT bohrt sich gerade mit dem Flugzeug in den Boden Achtung ja er ist halt jetzt unsichtbar, ne? ja mal wieder ach man ich will nicht gleich falsch hin ok sie kommen sie kommen sie kommen hast du gerade falsch anbekommen? nein das sind die selber die bauen hier irgendwas ab und das ist fast das ist ich ich nicht ich ich nicht ich , ich ich Schießt du gerade? Ja, ich habe gerade irgendein Fliegerfrack weggeschossen Das halbe Haus ist jetzt halbiert Also hier oben ist echt Chaos Das halbe Haus ist halbiert? Ja Nur die Hälfte ist nochmal halbiert Also geführt wird Ja, aber das wäre ja zu Mathe Dann wären wir ja wieder in der Schule Und das geht ja nicht Ist ja inakzeptabel Wir haben ja keinen Bildungsauftrag Klar, haben wir nicht Doch, klar haben wir einen Trinkt Wasser, Wasser ist gesund Wasser ist nur zum Duschen Trinkt Bier Bier In Bier ist auch Wasser Bier, gesünder als Wasser Lass du mein Alkohol drinnen Bier ist gut zu sein Mälen Das Spiel verlassen? Wo ist Nico? Neu ist bei dir unten jemand? Äh, ja Bis jetzt nicht Bis jetzt nicht Wo ist die verfickte Flagge? Ich hab jetzt hinter zwei Wänden Ok, ist aber halt schon offensichtlich wo das ist Vor allem, ich kann dich halt sehen Du guckst hinten durch die Decke Ich? Ja, ich kann deine Füße sehen Wo? Hier durch die, hier durch die Wand Echt, ist jetzt ernsthaft? Ja, ich kann auch grad die Waffe durch die Wand sehen Immer noch? Ja Jetzt nicht mehr Jetzt? Ok, dann bleib ich hier Und jetzt? Ne, aber ich muss jetzt wieder los Um zu gucken wo die bleiben Ja, dann sneak ich mich hier irgendwo anders Keine Ahnung, ich kann das ja selber nicht sehen Was? Was? Was weiß ich was? Was hast du weh bitte? Ich glaube sie Ja falsch Ich lustig das die noch nie auf die Idee kamen sich da vorne ein eigenes Grabensystem aufzubauen Gernal Okay. Die können mich hier halt nicht treffen. Wo bist du denn? Ich bin unten im Grabensystem. Im unteren, im Sand. Und steh hier nur so mit einem halben Kopf hier raus. Ich find das irgendwie komisch, dass die nicht versuchen, die Flagge zu finden. So weit kommen die nicht. Ey, die können sich doch irgendwie mit einem Gängchen abbuddeln oder so. Schaufeln und auf geht's. Oh, du bist einfach so laut, der Microsounds. Mhm. Ah, wow. Okay. Jetzt muss er gleich die Flagge suchen. Okay. 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 das ist so nebelig ich erkenne kaum was ich habe überhaupt keine rüstung mehr bist du ja es vergesstet haben der kommt jetzt ich sehe ich sie ich nicht mehr da hätten es ja ja und schott das nico der wird bei mir gar nicht gewöhnt nicht doch die versuchen ja noch bleibt mal zurück ja ich gehe ich gehe haben kommt zurück ja ich bin gleich schnell mal hier ja 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 da kommt einer schantete schaufel da kommt nico ich warte hier haben wir jetzt wirklich ein tunnelsystem ja ich weiß da habe ich eben hier gesehen wir machen ohne rüstung verdammt viel schaden alter halbes herz das ist ein loch aber ich helfe den mal ist dir aufgefallen dass das graben system hier an dir vorbei geht nein das ist rein zufällig doch alter scheiße weiter soll ich mal assi sein wir sehen uns beim nächsten Mal